ja hallo super hat ja geklappt ja du ja perfekt perfekt ja dann machen wir das du hast dich ja schon lange damit beschäftigt du hast mir geschrieben dein mann ist muslim und jetzt hast du dich mit den videos beschäftigt über youtube und du wolltest den islam annehmen das ist eine große freude dann machen wir das jetzt du weißt was es bedeutet du hast ja schon alles gesehen ich hab dir das video geschickt islam jetzt annehmen ich sag dir das erst mal du sagst das erst mal auf deutsch ja und dann sage ich sage ich jetzt noch mal auf arabisch auf arabisch bedeutet ich bezeuge dass niemand das recht hat angebeten zu werden außer auch angebeten zu werden außer der ewige schöpfer lenker herrscht des gesamten universums der nicht zu niemandem ähnelt wenn ich bezeuge muhammad ist der gesandte allahs bedeutet dass ich glaube daran womit er gekommen ist ich sehe das als verpflichtend an was er verpflichtet hat und ich sehe das als verboten an was er verboten hat und ich weiß ich muss allah so dienen wie er es gezeigt hat okay sage es erst mal auf deutsch ja ich bezeuge dass es keinen gott gibt außer Gott und ich bezeuge dass woran mit nächster als verboten ist mashallah und jetzt sage ich dir auf arabisch vor ja jetzt mit der abschisslam anzunehmen es schadu en leh ilahe illallah Alhamdulillah, das hast du den Schritt gemacht. Alle Sünden vergeben, ich merke, du bist sehr glücklich. Ja, ich bin einfach sehr aufsiegend glücklich. Mashallah, freut mich, super. Guck mal, ich schicke dir gleich noch eine Adresse. Leute, die können dir dort ein Zertifikat, wie so eine Urkunde erstellen, dass du Muslimin bist, wenn du das irgendwo vorzeigen willst, was du in den Islam angenommen hast, damit man das auch so schriftlich hat. Natürlich zwischen dir und Allah hat sich das sowieso erledigt, das ist sowieso das Wichtigste überhaupt. Und dann schicken die dir auch noch so ein Einsteigerpaket mit wichtigen Büchern, okay? Und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich immer gerne kontaktieren, ja, weißt du Bescheid. Aber ich meine, du hast ja... Meine Freunde, schreib dich auf. Super, perfekt, mach das. Und eine andere... Gab es irgendein spezielles Video, was dir so am Ende den letzten Kick sozusagen gegeben hat, den letzten Schub, um den Islam anzunehmen? Ja, das sind echt die Videos mit diesen Reisen im Koran, mit dem Universum und wirklich solche Sachen. Ach so. Auch mit dieser Embryologie. Meine Freundin ist auch konventiert. Mach Allah. Ich habe mir viel erzählt und... Ach so. Ich habe mir mein Mann, der mir so viel erzählt, der ist nämlich eher einer, der das vielleicht zur Schulter alles nimmt. Ja. Ja, und... Ja, aber Alhamdulillah. Ja, aber Alhamdulillah. Ja, also man macht sich Gedanken, die zu kommen später nach dem Tod. Allahu Akbar. Ja. Allahu Akbar. Möge Allah dir helfen. Also vor allen Dingen diese wissenschaftlichen Beweise und so. Super. Wie gesagt, Schwester, wie gesagt, wenn irgendwas ist, melde dich bei uns. Und genau, was man noch machen sollte danach ist, das ist aber jetzt keine Bedingung, um Islam anzunehmen, dass man eine Ganzkörperdusche nimmt. Doch, das weiß ich. Ach so. Perfekt. Alles klar. Okay, dann wünsche ich dir was. Mach es gut. Okay, vielen Dank. Bis dann. Assalamu alaikum. Was ist gut? Assalamu alaikum. So, ich sahle mich jetzt rein. Wie komme ich denn jetzt hier raus? So.